Fährst du quer, siehst du mehr. So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein neues Video und zwar mal wieder in außergewöhnlicher Situation. Ich bin hier im Simulator von meinem Bruder, Rennsimulator. Der ist modifiziert worden und hat jetzt auch ein Triple Screen Setup mit 55 Zoll. Das ist mega krank. Und ich habe gesagt, ich fahre jetzt mal die Runde, das ist meine erste Runde. Und er soll das mal ein bisschen nebenher mit aufnehmen. Und dann gucken wir weiter. Also ich will einmal, wird es mein Bruder so von außen aufnehmen und dann möchte ich mir nachher die GoPro auf den Kopf setzen, dass ihr einmal das aus meinem Blickwinkel quasi verfolgen könnt. Wenn ihr Fragen zum Sitz oder sonst irgendwas habt, schreibt es in die Kommentare. Und dann sage ich mal, okay, let's go. So, ich fahre einen schönen 34er Skyline. Handschaltung, Kuppeln muss ich auch selber. Also es ist, ja, ich muss alles selber machen. Ich bin jetzt mal gespannt, kann ich jetzt los machen oder? Gebt natürlich auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja, ich muss jetzt auch richtig anfahren und so, gell? Okay, Kupplungspunkt ist... Okay, okay, das ist gar nicht gewöhnt. Also ich fahre erstmal gechillt hier ein bisschen. Scheiße. Scheiße. Oh shit. Wie hat die Kurve da hingebaut? Hat man immer noch wartet oder was? Nein, eigentlich nicht, aber... Das ist übel strange. Okay, 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 okay. Also man spürt ja alles. Ich weiß nicht, ob man das jetzt natürlich im Video nicht so rüberbringt, aber das bewegt sich ja komplett. Das ist abartig. Ich kann ja nach rechts und links gucken wegen dem näheren Bildschirm. Ja, der bremsst doch! Oh shit. Holy shit. Du musst die Bremse schon richtig drücken. Dann bremst du auch. Also nicht stiefmütterlich reintreten. Und ich sag, ach du scheiße. Holy shit. Man muss jetzt noch dazu sagen, die Motion ist gerade relativ stark eingestellt. Normalerweise fährt man da natürlich mit weniger. Ich bin auch kein Rennfahrer. Ich bin auch kein Rennfahrer. Ich kann mich nicht mehr fassen. Ichke Kilo, ich habe einen Rennfahrer vorgelegt. Wirken hier auch gerade vorgelegt, was sonst nicht mehr so ist. Der arme Motor, das arme Auto, ja. Ich fahre erstmal durch eine Kurve. Der Bremsstreifen zufolge jetzt. Ja. Wie schnell kann der Kurve sein? Das ist eine erste Dankkurve. Ja gut, so sagt man es natürlich nicht. Das ist auch eine erste Gangkurve. Eine zweite Gangkurve. Ja gut, dass ich im zweiten Gang bin. Ja, wenn du vorst, dann lieber ein Braulius Auto verlierst. Ach du Scheiße, wer macht das so notwendig? Das sind Wurstkrebs. Boah, da spürst du richtig den Shot-Off. Das ging anders als geplant aus. Ach du Scheiße. Okay, boah. Das ist anstrengend. Holy Shit. Ich würde sagen, jetzt mache ich mal noch eine Runde mit dem Ego-Perspektive. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet. Mir ist schon irgendwie ganz komisch. Puh. Das ist scheiß streng. Da ziehen wir rüber. Dann weiß ich vielleicht vielleicht nicht mehr Position. So, ich habe mir jetzt mal die GoPro auf den Kopf gesetzt. Mit dir mal ein bisschen noch ein Gefühl bekommt, wie sich das aus der Ego-Perspektive anfühlt. Geht auf uns. Ich muss schnell sein am Lenker. Ich muss schnell sein bei allem. Ach du Scheiße. Schulterblick. 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 Ich will einmal die Kurve kriegen. Schulterblick. 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 Ab durchs Gemüse. Du lenkst genau richtig gegen. Das ist perfekt. Aber dann aus dem Gegenlängen wieder rausgeschüttet. Viel zu langsam. Tja, ich bin halt eine Schnecke. Deswegen lenkst du den Gegenlängen und dann schlägt sich voll auf die andere Seite. Fährst du quer siehst du mehr. Ach du heilige Magrele. Ich werde kein Freund mit Rennen spielen. Jetzt noch ein bisschen gemütlich fahren. Also gebt auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare was ihr davon haltet. Es ist krass. Es ist original wie wenn du irgendwie im Rennauto sitzt und fährst. Wir haben jetzt noch das Licht eingelassen mit mir alles so ein bisschen mehr als es sieht. Das ist aber dann später auch aus und dann wird die Emission noch besser. Oder eben gerade dann auch noch mit der VR-Brille. Da werde ich auch noch mal ein Video machen. Das ist dann bestimmt noch mal richtig heftig. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschau! ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF für funk, 2017